Yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Gambling Video und zwar heute mal CSGO Bounty. Ich habe jetzt mal meinen Knife aufgeladen, 62,21 Euro. Und wenn ihr ein paar Coins haben wollt, dann könnt ihr hier Alexis Gaming eingeben oder einfach unten in die Videobeschreibung gucken. Und dann macht erstmal den chilligen 2 Euro, was wurde das denn? Ach komm, Train, Train is real. Wir gehen jetzt erstmal mit. Komm schon, 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 schade. Okay, jetzt werden wir verdoppeln einfach und machen das einfach mal, die Verdoppelungstaktik. Da müssten wir eigentlich, also wir können natürlich immer Bruch gehen, aber ich glaube bei der Verdoppelungstaktik, ja das ist in dem Fall, kann man eigentlich fast nicht Bruch gehen, oder? Na guck, zum Beispiel, das haben wir wieder gewonnen. Nice, let's go. Na, ich weiß nicht, bei dem Bett bin ich mir nicht unbedingt sicher. Oh, zum Glück ist das grün geworden. Puh, zum Glück, zum Glück, zum Glück, alter, wäre ich da jetzt draufgegangen, alter, das wäre zu heftig gewesen. Und, sehr stark, genau so will ich das sehen. 68, mal schauen, mal schauen, mal schauen. Ich würde halt ganz gerne mein altes Knife wieder withdrawen, das wäre auf jeden Fall mega gut. Komm, 4 auf, auf Black, auf Black. Ich würde withdrawt haben, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nice, let's go, nice, nice, nice. 9 Euro auf hell und 1 Euro, also 1 Euro auf grün. Hä, ist 1 Euro, fuck, ich wollte ja viel mehr gehen, egal, scheiß drauf, bitte kein grün. Warte, wo bin ich draufgegangen, wo bin ich draufgegangen? Fuck, ich bin hell gegangen, fuck auf. Komm schon, wenn ich das jetzt gewinne, dann zahle ich es mir aber wieder aus, weil sonst wäre es mega dumm. Wenn ich den wieder verlieren, dann gehe ich, oh, das wäre, wenn ich den verliere, das wäre nicht so gut. Bitte, 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 let's go, Leute, let's go. Nice, 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 let's go. Das heißt, wir kennen jetzt noch mit dem restlichen Gamblen, was auf jeden Fall schon mal ganz nice ist. Und da ist mein schönes Knife. Oh, ich hab schon, ich hab schon vermissen jetzt. So, was machen wir jetzt noch? Können auch mal, ah, wir können Sweeper machen. Nachdem machen wir mal ein bisschen Sweeper. Wir machen zwei Sweeper mit fünf. Eins, zwei, drei. Vier, okay, okay, okay. Cash out, alter, Leute, oh mein Gott. Einfach nur 30 Prozent. Und Bad Amount mache ich jetzt mal 0,95. Das war ja das, was ich gerade gemacht habe. Und roll the dice. Fuck. Okay, das heißt, ich mach jetzt 1 Euro. Hey, fuck off. Mach mal, letztes Mal. Nice, hab gewonnen, voll. Okay, das heißt, ich bin auf jeden Fall jetzt wieder ein bisschen Plus. Crash will ich nicht, Jackpot. Eins auf Hell. Oh mein Gott, das ist immer reingang. So, und hier ist es 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's go. Oh mein Gott, alle gehen richtig hart rein. Hey, what the fuck. Hey, ich werde eh nicht shipmates. Wo bin ich? Ich bin mit 5 Euro drin. Wie viel bin ich reingegangen? 17 Cent? Ah, ist klar. 1 Prozent hatte ich zu gewinnen. Nice, let's go. Es wurde wieder, alter. What the fuck. Ich weiß nicht, ich gehe jetzt mal 1.01. auf Black. Black, 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 black rockt jetzt ab. Black wird es jetzt. Komm schon. Let's go. Black, 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 black. Schade, schade, schade. Komm, wir gehen noch hier 1 Dollar rein. Nein. Mensch, wie viel war's? Oh mein Gott, es waren 8 Euro. Ähm, 8 Euro. Komm. Gehen, Max. Hä? Warum geht es nicht? Er hat noch 7, deswegen. Jetzt geht es in Max. Auf. Black. Komm schon, wenn es jetzt nicht black wird, dann weiß ich auch nicht. Let's go, Leute. Let's go. Genau so. 14 sind wir wieder ab. Komm, Jackpot. Komm, mit 1 bring ich rein. 21 Prozent. Let's go, Leute. 21 Prozent. Das könnte ich shippen. Wie viel waren das? Das wäre nicht viel, oder? Komm schon, komm schon, komm schon. Digga, er gewinnt. Ah, nee, Leute, er hat gewonnen. Allergs haben mit 67 Prozent. Huff. 5 Euro. Ja, okay. Ist okay. 4. 3. 2. 1. Go. Komm. Let's go, let's go, let's go. Komm schon, ich hab 18 Prozent. Auch 5 Prozent. Das muss reichen. Er gewinnt wieder. Was ein Hurensohn. 5 Prozent. Alles klar. Und dann machen wir noch hier in Schilligen. 1 Euro Bett auf. Achso, wir sind schwarz, schwarz, schwarz. Gehen wir auf Rot. Komm schon. 14 Prozent. Alter, nice. Komm schon. Ey, ohne Witz. Der Typ 5 Prozent. Er geht in 12 Euro rein. Wahrscheinlich geht er mit 12 Euro rein. Ist der dumm? Ich hab 5 Prozent. Let's go. Lol, 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 lol. Alter, hab grad schon gedacht. Nice. Gewonnen. Let's go. Oh mein Gott, er geht halt wieder. Ich hoffe, ich hoffe, irgendjemand trippt den. Egal ob ich oder jemand anderes. Ich hoffe, irgendjemand trippt den. Ey, der ist so ein Bastelzug. Ohne Witz. Digga, er geht 12 Euro rein. Und er geht sogar, glaube ich, noch minus. Alter, was ist los bei dem? Und den gewinnen wir jetzt auch noch. Aber er geht 21 Euro. Ey, Digga, ist der dumm? Ist der dumm? Der Typ macht doch minus, Alter. Ist der dumm? Er checkst, glaube ich, nicht. Also, komm, let's go. Let's wert schwarz. Komm, let's go schwarz. Let's go schwarz. Let's go schwarz. Let's go easy peasy. Lemon squeezy, Alter. 14 bin ich wieder ab. Okay, nee, wenn ich den jetzt verliere, dann höre ich auf, weil, Leute, das Video ist jetzt schon 15 Minuten, nehme ich schon auf. Ich weiß nicht, wie viel ich da noch runter cutte. Mal schauen. Aber ey, wenn der ist wieder der Asi nochmal snipe, dann habe ich echt keinen Bock mehr. Dann wäre echt, wäre der G-Nummer richtig heuer. Ey, geht wieder 21 Euro rein. Ey, bitte irgendjemand rippt den. Bitte. Er hat so oft nur so viel Prozent gehabt. Bitte einfach irgendjemanden rippen. Genauso, genauso. Guck mal, wie oft ist der reingegangen? Er ist auch ein Euro reingegangen. Mays. Naja, auf jeden Fall, würde ich sagen, lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Dankeschön fürs Zusehen. Wenn ihr Free-Coin-Spoil-Alexis-Gamingster-Code oder einfach in der Beschreibung. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.